Luis, dein Ernst jetzt? Was? Süßigkeiten oder was? Sieht so aus, ja. Ohne Scheiß, Luis, du solltest dich mal gesünder ernähren. Dann lebst du länger. Und du sollst einfach mal deine Fresse halten. Warum? Weil ich so isse. Weil ich dann auch länger lebe oder was? Ja. Willst du mich verarschen, Alter? Wie redest du eigentlich mit mir? Ich bin dein Vater. Ich habe gesagt, du sollst einfach mal deine Fresse halten. Lass mich weiter essen, was ich will. Du bist so frech. Du bist auch frech. Nur weil du jetzt da so ein paar Zeichnungen auf dem Arm hast, oder was? Ich bin einfach King. Das bin einfach ich. Ja. Du bist der Loser, King. Der Loser, King. Und du sollst deine Fresse halt jetzt gehen. Geh raus, bevor ich... Meine Gummibärchen. Raus, Alter. Du bist so frech. Meine Gummibärchen halten. Du bist so frech. Raus mit dir. Nein. Verlass diese Wohnung endlich. Raus jetzt. Nein.